Ah, umarme ich nicht, umarme ich nicht. Ah! Wenn ich draufgehe, dann mit euch. Wuh, geht doch. Ah! Ah! Okay, okay, okay. Entweder wir haben etwas komplett übersehen, oder? Aber ich weiß nicht was. Und wenn das stimmt, dann möge Gott uns helfen. Hm. Ladada. Okay. Komm, weiter geht's. Projekt nebengeboten. Ah. Und safe room. Wetten, da kommen sie jetzt auf in den Dächern. Was hab ich jetzt aufgenommen? Okay. Das. 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 Sehr schön, wir haben viel Munition. Ah, ne, ich möchte es ja... Ja, ich möchte es überbrücken. Vielleicht ist da noch irgendwie was Nützliches drin. Kohle. Medipack, ganz geil. Munition. Alles klar. Wo ist denn? Ob es eher links oder eher rechts ist? Ich finde, es ist eher rechts. Ladada. Schieb da einen kleinen Arsch wieder zurück nach Hollywood. Ach, was mach ich denn da? Ach, was mach ich denn da? Ja, das magst du, hä? Dann hätten wir das ja jetzt soweit geklärt. Okay, nachgeladen. 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 Und... Treppen. Haben wir noch einen Energieknoten zufällig? Ja, ein. Ah. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Blade. Oh Mann, zwei. Okay. Äh, hups. Plasma Cutter Kapazität. Ah ja, da. Oder hier. Spezial? Was ist denn Spezial? Ah, geil. Ach, ich brauche mehr Kapazität, dann ist der vielleicht... Oh, zu was gebrauchen. Zu was zu gebrauchen. Ich lass es mal hier. Jetzt gehen 12 Schuss rein. Yay! Großes Kino. Na dann. Speicherpunkt war ja nett. Ratet mal, wer wieder da ist. Ja, wo seid ihr denn? Brauchst gar nicht so blöd gucken. Ja, was ist? Kommt da oder was? Ah, ich hasse es. Immerhin. Ich mach mal ein bisschen Randale, vielleicht kommen sie dann. Oh, bessere Idee. Hallo? Jetzt kommt er. Der nächste. Oh nein, da kommt noch ein Zombie hier. Oh, du kutsch mich an, Alter. Was, war's das jetzt? Ich hab nämlich keinen Bock mehr auf die Scheiße hier immer. Energieknoten. Audio-Log. Forschungs-Log 16671. Wir hatten heute einen Durchbruch. Es ist das gleiche Signal. Demenz, Codes und Baupläne werden alle von dem gleichen Signal des Markers hervorgerufen. Nur die Leute unterscheiden sich. Kluge Menschen sehen Codes und Baupläne. Für alle anderen sind es nur Geräusche. Geräusche, die einen in den Wahnsinn treiben. Ich hab ja noch was gehört, aber... Du, weg. Du, rein. Wir haben wieder Energie. Ach. Der ist ja kaputt, oder? Ha, ha, ha. Jetzt auf einmal finde ich so viel Kohle. Aber es ist kein Speicherpunkt da. Jupp. Gäbersektor. Die Gäbersektor ist total verbraucht, ihr Motherfucker. Die Gäbersektor ist total verbraucht. Was ist das? Ich kann es in meinem Kopf spüren. Wir kommen näher. Der Marker weiß, dass du hier bist. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn die Zeit reif ist, willst du es essen. Toll. Das ist alles, was du zu bieten hast. Wenn die Zeit reif ist, willst du es wissen. Das ist der Marker. Das sieht etwas komisch aus. Oh, Mist. Scheinbar muss ich diese Laser umgehen, damit ich auf die andere Seite komme. Das wird ja ein Spaß. Oh ja, das wird ein Spaß. Aha. Geh weg. Oh, hey. Hey. Oh, Mist. Oh, Mist. Oh, Mist. Oh. Man kann es natürlich auch übertreiben Voll daneben geschossen Aber voll daneben Tja, ähm Wo bin ich? Ah Ah Das wird voll der Spaß Schnell da, schnell da Babys im Ahnenmarsch So Bam 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 Ach Menno Ich glaube ich muss das machen bevor sie kommen Wäre vielleicht besser Hm Lass uns das ausprobieren Gochi, Gochi, Gochi Wo sind die anderen Babys? Woop Woop